Peilen wir die kurz hoch, damit ihr es auf jeden Fall packt. Ja. Sehr gut. Hier kann nicht mehr viel passieren. Ich muss den Crew Teleporter holen. Dann kann ich die auf jeden Fall platt machen. Also dann kann ich die Schiffe quasi entmannen und dadurch hohe Belohnungen bekommen. Ja. Ich glaube ich gehe erst hier hoch. War ja knapp. Waffen, die haben so ein Teleport Ding hier. Das wird sehr wahrscheinlich vor meinem Burstlaser schießen. Ja. Das sollte der starke Repairfussi auf jeden Fall schaffen. Und sch... Jetzt wieder in die Waffen. Das ist wahrscheinlich eh vorbei. Weil der Laser einmal durchser wird. Okay. Irgendeines habe ich dann wohl bekommen. Ja dann lieber zum Destro es erst. Ja. Okay. Ja. Hier runter. Vielleicht schaffe ich es ja vom Shop aus noch. Ja das... Obwohl das wird knapp. Ja. Oh Hermes Missile. Nice. Ja komm. Riskieren wir. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Schaut noch. Sehr schön. Ich hoffe der Questmark ist jetzt auf der nächsten Web und nicht hier jetzt einfach verschwunden. Ah da unten ist er. Ach scheiße. Ich sollte mein Dings auch... mein Kamerasystem auch upgraden vorher. Ja. Aber die sollten auch nicht durch mein Schild kommen. Ja wo ist der Crew Teleporter? Das heißt ihr geht auf jeden Fall da rein. Ja. Ja. Das brauche ich gar nicht auf die Waffen schießen weil die eh keine Chance haben durch mein durch mein Schild zu kommen. Hm. Dauert halt nur ewig. Aber so ist der nun mal mit nicht geupgradeten äh da war wohl ein Feuer drin. Sehr schön. Mit nicht abgegradeten Waffensystemen. Zum zum zum. Und tschu. Natürlich nicht durchs Schild. Schade. Ah aber jetzt habe ich das Schild getroffen. Ja der Laserbeam bringt euch nix Leute. Ja. Vor allem die haben kein Healing. Nichts. Ja. 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 Die Schweine. Die Schweine. Die Schweine. Ja. Ja. Ja gut. Gehen wir ja unten lang damit wir auch vernünftig zur Quest kommen. Den Burst. Ja. 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 Und die tun auf jeden Fall weh. Ja. Die tun mir richtig. Das ist repariert. Jetzt werde ich euch beiden rübersch... Der Beam darf nicht nochmal treffen, ey. Oh, Moment. Was bist du? Ein Waffentyp? Ach ne, ich hab ja neun. Und du warst auch ne Repair-Typ, ne? Ja, sehr schön. Hier ins Heiling. Du bist schon mal wieder hier. Ach, mein Shield-Typ. Welcher war jetzt der Shield-Typ? Du, Woll. Hier bei uns rein. Und du gehst dich heilen. Jawohl. Repair-Typ hier. Und Lösch-Und-Defense-Typ dahin. Boah, Scheiße. Das wird auch knapp. So. Scheiße. Ähm. Neu. Haben die mir die Card jetzt aufgedeckt, oder? Jo. Und dann direkt zur Quest. So. Burst Laser ins Waffensystem. Und ihr direkt drüber. Oh, ich muss nur noch Cloaking, ey. Ja, sehr schön. Den sollte ich ja noch schaffen, oder? Yep. Healing Burst. Die brauchen nicht mehr viel, um nochmal extra Damage zu kriegen. Das ist schon mal gut. So, direkt weiter jumpen. Zur Quest endlich. Direkt wieder hier rein. Im Burst-Lizens-Waffensystem. Oh, und da kommt auch ein Kit rein. Oh, trifft nicht. Nice. Nur 29 Crap. Aber dafür krieg ich sogar einen Engie. Aber einen Engie brauche ich nicht. Ich könnte ihn höchstens für Lana, aber die ist mein Pilot, soweit ich weiß. Ja. Schade. So, schon mal da. Ihr zurück. Und ihr hier runter. So. Nein. Ich rufe. Ich rufe. Ich rufe. Ich rufe. Wolle. Wolle. Ich rufe.